Hohe Leute, was geht, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich einfach mal die Alpha 2 von Hello Neighbor spielen. Und zwar, Leute, war ja mein letztes Video, wie ich Hello Neighbor die Alpha 1 gespielt habe. Und zwar, Leute, bevor ich noch etwas anfange zu sagen, Leute, wollte ich euch sagen, dass es einfach alle Hello Neighbor Alphas, also alle alten Alphas, einfach kostenlos gibt. Also, wenn ihr wollt, dann kann ich auf jeden Fall für jede Alpha ein Video machen. Und schreibt mir doch einfach nur in die Kommentare, ob ich das machen soll. Würde mich auch sehr interessieren, ob ihr darauf auch Bock habt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Let's go. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal direkt. Let's go. Okay. Also, das sind auf jeden Fall wir, Leute. Das sind auf jeden Fall wir. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch Hände, was auf jeden Fall auch gut ist. Okay, press E to open. Okay, wir. So. Also, das soll auf jeden Fall unser Host sein. Und nochmal so, Leute, ich kenne mich nicht so gut mit dieser Alpha aus, deswegen könnte es sein, dass das Video vielleicht ein bisschen länger geht. Get inside, move stuff inside. Okay. Okay. Also. Ähm. Warte, ich gehe mal kurz zur Tür. Äh. The key is under the stone beneath the mailbox. Null. Okay, also, warte mal. Ich gehe mal kurz hier. Hold E to pick up. Ah, da ist ein Stein. Okay, den müssen wir jetzt werfen. Und. Nein, ich habe ihn getroffen. Perfekt. Und der Schlüssel ist auf jeden Fall hier gelandet. Und ich würde sagen, den holen wir mal. Okay. Mit E muss ich das auf übernehmen. Press. Ähm. Okay. So. Ah, ja, okay. Das ist jetzt auf jeden Fall hier, wie gesagt, zu. Ähm. Ja. Okay, das müssen wir wahrscheinlich auch nehmen. Also, warte. So, habe ich genommen. Okay. Ähm. So. Okay. Nice, haben wir. Die Tür. Ah. Mit E. Okay. Perfekt. Die Tür geht jetzt auf. Okay. Okay. Okay, das soll auf jeden Fall unser Haus sein. Okay. Also. Ähm. Get inside haben wir eigentlich schon erledigt. Ruf stuff inside, okay. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. So. Das ist auch weg. Okay. Ich würde sagen, wir bringen auf jeden Fall jetzt mal ein paar Sachen rein. Okay. Cool. So. Und da ist auf jeden Fall schon mal der Nachbar. Okay. Roter Schlüssel. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall diese Kreditkarte holen oder wie das heißt. Okay, er prügelt sich da gerade, glaube ich. Okay. Hold shift to run. Ja, okay. Ähm. Was war das jetzt, Alter? Blö? Lol. Oh, 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 oh. Hä? Hä? Lol. Digga, ich dachte, ich habe mich gerade in dem Schrank versteckt, aber das habe ich doch nicht. Das ist ja nicht mal im Schrank nach kurz verloss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob er mich nicht gesehen hat. Er hat mich echt nicht gesehen. Ach du. Oh mein Gott. Das waren Kameras? Warum hat der da schon Kameras? Warum sind wir eigentlich auch so langsam? Shift. Warte, hier ist doch diese Shift-Taste. Okay, lol. Aber hier brauchen wir diesen Schraumbreher. Oh mein Gott. Uah! Lol. Mist. Hm. Ich müsste doch irgendwie reingehen können. Ach, nehme ich einfach mal den Ball mit. Bringt, glaube ich, eh nicht so viel, aber... Ah, okay, ich bin drin. Also... Oh mein Gott. Das war eine Kamera. Ach Gott. Warum sind hier aber schon Kameras? Digger Mist Drecksal Okay Ich mach jetzt einfach den Strom aus, weil das hier gibt wirklich gar keinen Sinn Okay Er pennt Oh mein Gott Ich hab doch grad etwas gefunden Ich habe genau gerade jetzt noch etwas gefunden Okay Also Leute, ich weiß grad ganz genau, für was dieser Schlüssel ist Ich weiß gerade ganz genau Oh mein Gott Alter, ich hatte grad so Glück, dass ich das noch gefunden habe Warte, ich muss mal kurz gucken Ob dieser Strom gerade an oder aus ist Der ist aus, immer noch Warum macht der Bril das nicht an? Juckt es dem nicht? Okay Okay Wie sind wir da drin? Oh shit, oh shit, oh shit Ja, damit man sich nur diesen Teil sieht, Alter Die Kamera sieht wieder an Also Strom wieder angemacht Er ist grad genau hier Er hat einfach das Strom wieder angemacht und dann gleichzeitig noch War er bei mir im Raum Habe ich jetzt nicht drum an oder aus? Ja, aus Lässt jetzt aus Aber der hat grad sogar eine neue auf Warum sind die schon wieder an? Ich verstehe das nicht Okay Also Die Kameras Die bleiben mal an Obwohl ich den Strom aus mache Gehe da hinten Irgendwie durch Aber ich kann da nicht durchgehen Weil der platziert jetzt schon wieder Kameras Wo ist der? Wo ist der? Hä? Aber ich verstehe das nicht Ich mach doch die ganze Zeit das Strom aus Warum sind die Kameras dann an? Das gibt doch keinen Sinn Da muss ich schreien Wo? Wo, Digga? Wo? Der war doch da hinten hinter dem Haus Er war doch da hinten Also dieses Kabel Es führt uns Er war doch hinter dem Haus Und ich verstehe das Und ich verstehe das Okay Er hat mich nicht gemerkt Okay Das brauche ich Das brauche ich auch Hier Ist nichts drin Okay Hier komm ich jetzt aber wieder raus Scheiß drauf Was hab ich gemacht? Hä? Er hat da wirklich eine Beerenfrage platziert Aber ich verstehe das gerade nicht Wart mal kurz, Digga Ich hab doch Das hier Warte Bestimmt Muss ich damit hier rein Weil sonst hätt ich das nicht gekriegt Ja, Digga Schlaue, Junge Er ist mir tot Nicht mehr tot Ey Ich hab ja jetzt aber diese Waffe hier Das ist Man muss aufhören Immer die Sachen wegzuwerfen Okay Die Waffe bringt was Die Waffe bringt was Ach, Digga Okay Ich muss jetzt aufpassen Weil dieser Typ, der Da ist heute viel zu streng drauf, Digga Oh Oh, okay So Wir haben es aufgekriegt So, jetzt sind wir hier oben Und hier Hier ist dieser Raum Hier ist dieser Raum Alter, wir haben das schon geschafft Okay, warte So Boom Boom, Baby So Einmal Raum Okay Ich wollte eigentlich noch nicht runterspringen Weil Ich hab mir sicher, dass dieser Typ hier jetzt irgendwo ist Oh, oh, oh Lila 0 also warte kann man ja wo warum war der karton sound okay ein ja 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 das das ist du haben hier Leute, wir haben es einmal geschafft. Okay, 0. Perfekt, Leute. Wir haben es geschafft. Geil. Alter. Leute, Alter, wir haben es einmal wirklich schon wieder geschafft. Alter, geil. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Abole, nicht vergessen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf Heber. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao.